So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Heute mal ein Video in dieser Art und Weise. Wir werden gemeinsam uns den neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung anschauen. Und da sind einige Aspekte drin. Es steht tatsächlich mehrfach das Wort Krypto drin. Und was das für uns als Krypto-interessierte Investoren oder sonst was, wie man uns bezeichnen möchte, heißt, darüber sprechen wir jetzt gemeinsam. Ich habe ein paar Notizen im Livestream schon gemacht. Von euch wissen das einige schon. Und wir beginnen mit der Zeile 5806. Und ich scrolle einmal noch nach oben. Wir sind im Bereich natürlich Böses Krypto. Wird immer in Verbindung gebracht mit der Geldwäsche. So, und bei Geldwäsche, wenn wir hier in Zeile 5806 gucken, wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, die zentrale, zentralen Geldwäsche-Vorschriften in eine Verordnung zu überführen. Ziel ist es, den Kampf gegen Geldwäsche europaweit effektiver zu gestalten und noch bestehende Lücken zu schließen. Wir sind für eine effektive und unabhängige EU-Geldwäschebehörde wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und setzen uns für deren Sitz in Frankfurt am Main ein. Die EU-Aufsichtsbehörde soll sich nicht nur um den klassischen Finanzsektor kümmern, jetzt kommt, sondern auch den Missbrauch von Kryptowerten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Da wird wieder mal ein Gremium oder eine neue Institution ins Leben gerufen. Hier, was man versuchen möchte, eine extra Geldwäschebehörde, die mit immensen finanziellen Mitteln ausgestattet wird, um gegen die Bösen, Bösen, alle sind ja im Kryptobereich, die unterwegs sind, garantiert wegen Geldwäsche nur da. Es ist eine bodenlose Frechheit. Weiterer Punkt, Bargeld. Bargeld soll nicht direkt abgeschafft werden, da steht zu hier nicht so drin, aber es steht hier oben nämlich in dem anderen Absatz drin, wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete Maßnahmen bekämpfen. Dazu gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Immobilienkäufer aus dem Ausland sowie ein Verbot des Erwerbs von Immobilien. Wieder ein weiterer Schritt weg von der Freiheit und hin zur Kontrolle. Und als nächstes haben wir die 3, 7, 5, 4. Da sind wir im Bereich Schutz der Verbraucher. Und wenn wir jetzt hier bei Schutz der Verbraucher gucken, im finanziellen Verbraucherschutz, nehmen wir die individuellen Verhältnisse der Verbraucher stärker in den Fokus, insbesondere bei der Vergabe von Verbraucherkrediten. Jetzt geht es um dieses Thema hier. Auf EU-Ebene setzen wir uns dafür ein, dass der Schutz von Überschuldung durch die nicht marktgerechten Zinsen und Wucher bei sämtlichen Darlehensformen gestärkt und irreführende Werbung verboten werden. Ja, aber ich vermisse hier den Part, wo man darüber spricht und sagt, jo, wir haben jetzt hier eine aktuelle Inflation von nahezu 6 Prozent, offiziell wird sie ja schon so gering nur angegeben. Und sie ist meiner Meinung nach deutlich höher, mindestens zweistellig, mindestens definitiv zweistellig. Nein, dazu findest du nichts. Nicht, wir werden dafür sorgen, dass die EZB jetzt hier den Leitzins anpasst. Nein, das passierte nicht, Freunde. Darauf warten wir umsonst. 4491 haben wir hier als nächstes, sind wir im Bereich Wirtschafts- und Währungsunion, Fiskalpolitik. Und da haben wir den Absatz hier, Preisstabilität ist elementar für den Wohlstand Europas. Da gebe ich erstmal recht. Die Sorgen der Menschen angesichts einer steigenden Inflation nehmen wir sehr ernst. Das glaube ich nicht. Die EZB kann ihr Mandat, das vor allem dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet ist, dann am besten ausüben, wenn die Haushaltspolitik in der EU und in den Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung nachkommt. Warum wird das nicht getan? Weil sonst hätten wir doch nicht eine 6-prozentige Inflation und ein Nullzins seit etlichen Monaten und ein Strafzins auf den Konten für denjenigen, der was gespart hat, weil er weiß und versteht, dass es nicht funktionieren wird, eine Rente hier ausgezahlt zu bekommen. Das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken. 5, 8, 3, 7 sind wir im Bereich digitale Finanzdienstleistungen und Währungen. Den Prozess zur Einführung eines digitalen Euro, allerdings nur als Ergänzung. Wir haben ja gesehen, dass da oben schon wieder gesagt wird, Bargeld soll nicht mehr zum Immobilienkauf möglich sein. Ja, natürlich, genau. Wir sind ja alle böse und alle ganz schlecht. Und wenn man jetzt hier irgendwie ein kleines Grundstück verkauft für, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro. Nein, das darf man auf gar keinen Fall bar bezahlen. Das geht ja gar nicht. Nein, nein. Der als gesetzliche Zahlungsmittel in Europa und für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv begleiten. Europa braucht zudem eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur und offene Schnittstellen für einen barrierefreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle Verbraucher sowie Händler. Ja, also hier läuft es schon ganz, ganz geplant darauf hinaus. Wir kriegen einen digitalen Euro. Es geht ganz klar in diese Richtung. Und wir sehen ja in Europa und alles, Europa braucht zudem und hier und so weiter. EZB steckt dahinter in dem digitalen Euro. Wie ihr wisst, guckt euch sonst meine Videos dazu an. Es ist kein dezentrales System. Es ist ein zentrales System, europäische Zentralbank. Es ist ja nicht die europäische dezentrale Bank, sondern die Zentralbank. Und die haben dann die Macht darüber. Die können die Inflation dort frei eintragen, wie sie es haben wollen, wie sie es brauchen und so weiter und so fort. Als letztes wurde ich dann auch noch in einem Stream gefragt, ob da irgendwas zu Handel, Edelmetalle, Gold, Silber und so weiter drinsteht. Habe ich gar nichts zu gefunden. Das mag jetzt ein gutes Zeichen dafür sein, sodass wir hier jetzt nicht irgendwie noch eine weitere Bremse beziehungsweise eine Verschärfung des Goldkaufes zu erwarten haben. Aber das kann ja noch kommen. Das kann ja noch kommen. Da bin ich jetzt noch nicht mal so sicher, dass das komplett vom Tisch ist, das Thema. Nee, das glaube ich nicht. Wenn ich was vergessen habe von wichtigen Punkten im finanziellen Bereich, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren. Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr hier neu drauf gestoßen sein solltet. Danke dafür, haut rein, bis zum nächsten und ciao.